Ja, liebe Leute, hier Metallo und herzlich willkommen zurück zu Yooka-Laylee and Impossible Lair. Quark, sie sieht unscheinbar aus, aber sie hat schon ein paar große Fänge gemacht. Quark, ich glaube, du hast was... Quark, ich glaube, da hat was angewissen. Ist das eine Stadt? Quark, das ist ja schlimmer als ein Stiefel. Wenigstens verdreckt diese Dreckenstadt den seltsamen Teich nicht mehr. Tja, großen Damm. Haus. Ich wusste doch, dass man Level 1 hier nochmal spielen kann. Ja. Naja, im letzten Part haben wir echt versagt, ne? Da habe ich halt was mal übersprungen und ich wusste natürlich, da müsste Münze 5 gewesen sein. Ich habe übrigens jetzt nur 5 Tweety-Münzen. Oh, hier wurde... Was zum... Alles rausgerissen. Ja, der hat ja die... Die verwendet hier. Nyaa. Oh, was zum Geier. Oh, das wäre eigentlich für den hier. Naja. Die Musik. Kann ich. Naja. Dann machen wir halt hier kurz für den Checkpoint, ne? Ich muss auch mal... Hm. Autsch. Okay, man muss eigentlich unten weiter. weiter aber für fiese geschosse hier sich lustig wie lady sich festhält wenn er jetzt schwimmt ich wundere wo münze 1 hier versteckt ist oder sein unsichtbar dann wird münze 1 versteckt sein wir kriegen auch dieses item dafür brauchen das minze 2 was in minze 1 ist eigentlich lustig dass level 1 aber so schon ein bisschen verschwärt oh wow lady ja 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 Nyaaam nicht so schwimmen wie die ja schön aber ein schönes level führer ist kaputt wo müssen so ein ding kriegen wir denn dahin dass er dahin schießt ich weiß auch nicht ob wir das ding brauchen mal davon aus rentals brauchen wir die eben letzten level ich bin über die drauf gesprungen und wunderbar hier falle ich einfach runter jedenfalls immer wenn ich mich mit diesem geschoss geschossen habe sozusagen das mit dem ding kam es dazu dass ich einfach runter gefallen bin also runter nein kam es dazu dass lili also dass ich getroffen werde und dann natürlich sich so runterfall ich kann da nicht kann er nicht mehr springen gut ich hätte die rolle machen können was für ein knapper sprung echt das war das war Na, ich kann da nicht hochspringen. Schade. Es wird wahrscheinlich eine Münze geben hier. Oder auch nicht. Einfach eine Frucht. Okay. Hä, was ist denn das im Hintergrund da gerade gewesen? Sicher ein E-Stack für irgendwas. Hä, was ist denn da? Ach so, der hat Bomben. Aber da. Ist das das Raumschiff? Ich habe keine Ahnung. Ah, der kann sich selber abschießen. Das wusste ich gar nicht. Die Dinger können sich selbst zerstören. Sehr gut zu wissen. Ja. Das ist wie ein Förderband. Hä? Habt ihr das gesehen? Ich bin nicht auf den draufgefallen. Und auch hier jetzt. Sehr schön, dass du hier ein Checkpoint hast. Wie viele Münzen haben wir eigentlich? Zwei glaube ich, ne? Ne, es ist zwei um fünf. Ja, wunderbar. Ich nehmts echt Wunder, wie viel wir für Troutzer brauchen. Also dann habe ich jetzt 13, ne? Das sieht unscheinbar aus, aber ich habe schon einige große Fänge gemacht. Ja, vor allem, er hat, ich meine, er hat die ganze Stadt rausgerissen, ne? Ja. 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 Gut, ich kann mich hierhin teleportieren. Das geht hier auch noch. Ja. 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 Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich da gebraucht habe. Was, wenn ich ins Wasser komme damit? Okay, dann ist es direkt kaputt. Ich habe gerade eine Hypothek über 52 Jahre aufgenommen. Hypothek. Wer auf Sand baut. Wer auf Sand baut. Ja, das wusste ich doch. Also, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Yooka-Laylee and Impossible there. Also macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020